Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine zwei Swaracta-Dechsen, also westliche Swaracta-Dechsen, heißt das hier. Laserta Billiniata. Die können bis zu 40 cm groß werden ungefähr und auch bis zu 14 Jahre alt. Also nicht so wie die anderen Eidechsen, also die meisten deutschen Eidechsenarten, die nur bis 6 Jahre alt werden können, können die 14 Jahre alt werden. Was schon ein bisschen älter ist. Nein, nicht den Finger beißen. Also das hier ist jetzt das Weibchen. Ja, komm. Das ist auch so ein bisschen zahm halt. Und auch sehr verfressend, das beißt halt über den Finger. Ihr habt eben gesehen, das Männchen, das hockt da irgendwo in der Ecke und versucht sich irgendwie, ja, rauszubuddeln. Verstehe ich auch nicht hier richtig. Irgendwann müsste das Männchen doch auch merken, dass man sich hier nicht rausbordeln kann. Ja, jetzt fokussiert die Kamera wieder nicht. Hey, das Männchen, das quetscht sich jetzt so zwischen Scheibe und Kletterwand hoch. So, hier vielleicht können wir auch gleich sehen, wie die sich denn so richtig sonnen, wenn die alle Gliedmaßen so abschrecken. Das finde ich immer richtig cool. Das sieht aus, als würden die irgendwie Yoga machen oder so. Ne, leider nicht. Die wartet nur auf Essen. Das Männchen, das wüsste ich irgendwie gerade immer noch. Ja, wir weg. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.